Hallöchen Poppöchen und herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neue Folge von Let's Play Pokémon Schwarz in der Randomizer Maslow Challenge. Im nächsten Part gab es ein paar Schwierigkeiten bei uns. Wir haben die erste Maslow direkt verloren und haben neu starten müssen. Dafür haben wir jetzt an Sengon im Team. Unser Sengon mit den Ertragenden Kratzer, Silbermittel, Ruhstuck, Eep. Ach, ich gucke mal, was wir für ein Wesen darauf haben. Minus, Angriff, Plus, Freestyle, das ist sehr großartig. Naja, also, wir gehen weiter und dürfen auch direkt ein Pokémon fangen, auf dieser Route. Und, da haben wir auch schon einen Encounter. Und es ist ein, oh, ein Makabaya. Oh, scheiße, das ist Typ Geist, ich kann das ja nicht schwächen, kann das sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Typ Geist ist. Deswegen bleibt es nicht irgendwo hier, als vor der Tocke mal zu werfen. Bleib drin. Bleib drin. Ach, schade. Also, ich glaube, wir können uns gegenseitig keinen Schaden zu fangen, weil ich bin normal und das ist geil. Aber Makabaya ist ein ganz interessantes Buchbund, das habe ich auch so noch nie trainiert. Aber schon? Ach, fuck. Ach, das war super. Genau, jetzt, als ich mir einen Tee geholt habe, habe ich einen Makabaya gefangen. Aber gut, umso was sagt. Ja, Typ Geist. Seelen-Pokémon. Seine Maske ist ein abbildendes Gesicht, sonst als Mensch hatte. Manchmal weint es, wenn man ihm in die Augen sieht. Da habe ich jetzt einen ganz coolen Comic zugesehen. Einen Spitzmaum möchte ich ihm geben, ja. Ich nenne es... Creepy. Ne. Ne. Ja. Creepo. Wir haben ein Creepo im Team. Das hat immer den Bericht. Spezial-Rofo-Initiative runter. Ist okay. Erstaunung und Schutzschild hat es. Ja, warum nicht? Schauen wir, was wir noch hätten haben können. An Wobi, okay, dann haben wir auf jeden Fall ein besseres Token bekommen. Denn, äh, Wobi ist ein absolutes Schlamppvieh. Aber Makabaya, denke ich, hat einiges an Potenzial. Auf jeden Fall. Wir gehen mit dem Kratzer. Ach stimmt, Wobi war so ein nerviges Vieh, das nur Schutzschild hat. Das wäre mit 10 oder so. Und schon, komm schon an Sego. Ne, gut. Okay, das gibt zu viel, gar keine Erfahrungspunkte. Wir gehen mal vorwärts. Und da ist auch schon schön. Und Bell. Ja, wollen wir vergleichen. Ich fange nicht mehr. Zwei Pokos, sind wir alle gleich auf. Sehr schön. Der Visumcaster klingelt. Tag auch. Wie geht's dir stets? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit eurem populistischen Rechnung versteht. Oh, hallo, Professor. Oh, hallo, Professor. Ich bin hier gerade von dem Pokos Center von Gravina. Komm schon, wenn ich euch herumfüllen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokos Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon mal vorgehen. Ja, ihr beide geht schon mal vor, aber danke. Wir sind in Gravina und die Professorin möchte uns direkt umführen. Ich lasse sie nicht lange warten. Hallo, Truni. Mit Pokos unterwegs sein ist die Freundin eines jeden Trainers. Folgen wir mit der Zeit. Ich zeige Ihnen nun die wichtigste Einrichtung für Trainer. Ja, das Pokos Center. Fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas herum. Hey, ich kann mit. Das ist das Herzstück eines jeden Pokos Centers. Hier werden eure Pokone nur wieder aufgepäppelt. Und nun haltet euch fest. Das alles kostet euch rein gar nichts. Denn das Pokos Center ist der beste Verbündeteil des Pokémon-Trainers. Probiere es ein bisschen echter mal aus, Truni, ruhig. Oh gut. Okay. Okay, der Pokémon-Team ist topfit. Komm, wir gehen weiter. Ja, blablabla. Wissen wir alle schon. Das hier ist der Pokosupermarkt. Ja, also ich finde das auch witzig. Anstatt dass sie schon mal fragen, kennst du dich in der Welt der Pokémon schon aus? Das ist doch, also, keine Ahnung, ist doch irgendwo ein bisschen selbstverständlich. Hallo. Wir kaufen erst mal 10 Pokébälle. Und wir kaufen noch ein paar Tränke. Sehr gut. Hey, was geht denn davon auf den Marktplatz vor sich? Keine Ahnung, lass es mal scheulich unter die Lupe nehmen. Ich fange mit an, weil Creeport auf der Befehl auch ein bisschen wenig hat. Komm, schnell her, Truni. Hört mich an. Mein Name lautet G-Sis. G und Sis, wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht, Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne des aufrichtigen Gebens und Lebens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, die sind das Irren. Sie bauen Lügenbilder, um in der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Handt eure vermeintlichen Gewissheiten, der niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung getezogen? Großhaftigkeit schlechthin verkappert jede sogenannte Trainer, welche die Pokémon in entwöhnigender Klechtschaft halten. Sie wie ihre Leib eigenen müssen die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter der Ansicht sein. Ich spreche nicht die Wahrheit. Soll ich mal jetzt das Wort oder schweige? Also, ich weiß nicht. Das Ding ist, er hat nicht ganz Unrecht so. Er hat nicht ganz Unrecht. Ja, wir sind böse, wir sind böse. Nein, wir sind böse. Nun. Meine Güte, sprichst du schnell, da wird mir ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst, Boko? Könnte doch gar nicht sprechen. Besser nicht, sondern dafür ein anderes Zeug. Doch die beiden sind mehr möglich, diese Rehabilitation, die ihre Schuld nicht hören können. Ihr tut mir bitte leid, weil da ist mir das Ende. Ich bin Sharon und das hier ist Strudi. Wir sind hier unterwegs, damit wir mit der wichtigsten Aufgabe vertraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex dazu. Darüber müssen wir beide mit dem Pokédex anfangen. Ich bin zwar gar nicht in der Beheirat, aber wir kommen stets erst zur Zeit, ob den Pokédex einverstanden sind. Ach, und du warst noch gleich? Ach ja, Strudi, stimmt's. Das ist für mich, was dein Team alles in Wagen hat. Und wir kämpfen gegen N! Er hat nur einen Punkt von Scribe N. Er hat ein Lavita. Dann ist eigentlich ganz gut, dass ich nicht in Makabaya reingehe, weil, äh, naja, ist ja Typ Geist und Typ Unlichtattacken sind dann doch eher hinterlich. Geh mal für den Sinn und Blick. Ja, der ist auch ein Sinn und Blick an der Klasse. Alles klar, dann gehe ich mal für uns zurück. Oh, das macht... Ach, scheiße, der Typ Gestein, ne? Oh, nein, und der hat Biss. Oh, das könnte uns Auge gehen. Er setzt Sandsturm ein. Was ist das für ein Pokémon, das für ein Sandsturm einsetzt? Warum hat er auf Level 7 überhaupt schon Sandsturm? Was ist das denn für ein Balancing? Okay, ich denke, ein bisschen überleben wir doch und jetzt danach noch spielen gehen. Oh, kein Quid. Ich töte mich nicht. Ja, okay, ich bin schneller. Und das war's. Boah, der hat mir aber ganz schön Pech, dass der Typ Gestein ist, ne? Das hätte ordentlich daneben gehen können. Weil der hätte immer Kamaya auf jeden Fall gewonnen. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib mir einfach nichts drauf. Trainer, Pokémon helfen stets gegenseitig. Also ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte eigentlich möglichst schnell gegen die Arena-Leiter von Orient City ertreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arena-Leiterern herauszufolgen. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit dem Arena-Leiter in aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich gehe noch mal ins Pokémon Center. Ich trainiere einmal ganz kurz Makabaya hoch. So, da bin ich wieder. Ich habe Makabaya jetzt nur ein Level hoch trainiert. Also es ist auf Level 5, weil ich muss sagen, ich hatte ehrlich keine Lust, da jetzt 2-3 Stunden rumzulaufen. Vor allem, weil wir die Toroträter noch nicht haben. Was sich aber innerhalb der nächsten 20 Sekunden von allein erledigen wird. Denn, jetzt vielleicht hingeht mein Visocaster. Und meine Mutter ruft dann. Troli, ich bin es, deine Mutter. Wie geht es dir denn so weit, Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokotrion gefreundet? Ich rufe an, weil ich deine Stimme haben wollte. Und auf einmal stehe ich hinter dir. Hallo? Ja. Toroträter, yeah. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Danke, Mama, danke, Mama, danke. Ja, ja, Mama, Mama, bitte. Mama, ich bin schon 10, ich bin da jetzt als Pokémon Trainer. Immer diese Mütter. Und du? So, hier dürfen wir ein weiteres Pokotrion fangen. Da gehe ich aber mal mit Sengo rein. Oh, man ist so schnell mit diesen Toroträtern. Und wir fangen ein Renikant. Das ist auch Typgestein. Ja, ganz schön, ganz schön. Das ist Typgestein, würde ich sagen. Also generell die Pokotrion hier. Äh, ja. Gehen wir auf den Umzugspieber einfach. Wir sind gerade mit dem Umzugspieber. Ich denke, das dürfte gar keinen Schaden machen. Genau das wollte ich sagen. Oh, Mann. Jetzt fängt er mit Herdner an. Bitte kannst du noch was anderes als Herdner. Ich habe gerade eine ganz, ganz schlimme Vorahnung. Ah, ich kann Tackle. Wenigstens das. Dann habe ich einen Plan. Ich hoffe einfach, dass der nicht so was wie Biss kann. Geht so Creepo raus, aber dann kann er mir keinen Schaden machen. Ja, Herdner. Aber Herdner hat, glaube ich, 30 AP. Also bis der verzweifle, ein Besserort er sucht ein bisschen. Oh nein, jetzt habe ich, jetzt habe ich seinen Tackle blockiert. Man kann beierst echt nicht so das schnellste Pokkons nur loslassen. Ja, Schreib von Pokkball. Das ist Relicative an Frieden. Dann werde ich jetzt hier in den gelben Bereich springen. Und werde ich es dann nochmal versuchen. Äh, nein. Angreifmitte. Erstaunen. Ein Volltreffer wäre willkommen. Jetzt, wie ich glaube, auf den Pokkball. Das dürfte jetzt um einiges effektiver sein. Sehr schön. Relicative wurde gefangen. Wasser, Gestein. Das hat sich seit 100 Millionen Jahren nicht verändert. Soll ich es Pokkonspiele nennen? Oh. Das ist ein Fisch. Ein weiblicher Fisch. Ein sehr alter weiblicher Fisch. Stishing. Stein und Fisch. Nicht Stich von Lilos, das ist schwul. Ohne zu sagen, dass schwul schlimm ist. Aber es ist schwul. Oh, hier gibt es auch Narvita. Klasse. Davon werde ich jetzt aber ganz gut fliegen. Ein X-Temple finden wir. Ich heile mal kurz. Ich muss glaube ich gar nicht heilen, oder? Ich habe das nicht. Oh, was hat Stich für ein Item gehalten? War nicht gesehen. Drachenzahl, okay. Ja, ich gehe irgendwann an Senko rein in den Trainerkampf. Und schaue mal, ob der gute Arbeit macht. Aber da gehe ich eigentlich von aus. Ja, die Leiffliegen, die Fetzen. Der kämpft hingegen. Rich Girl Esteban. Der wistet auch nie ein. Und er hat ein Folikon. Ja, ich glaube an Senko einen ganz guten Job machen. Harnschuss, okay. Oh, er hat schon einen Käferbiss. Holy shit. Da ist doch Käferbiss ein. Ich glaube aber, das dürfte von uns aus schon bereichen. Ich glaube, Polikon stirbt jetzt. Ja, sehr gut. Also Senko kriegt schon wieder die P-Punkte. Ist auch geil, die P-Punkte. Erfahrungsgut oder IP, aber nicht beides. Und wir dürfen weitergehen. Och, wir sind zu schnell. Ich halte mal kurz an Senko. Aber ich gehe jetzt mal mit Creep und den nächsten Kampf. Einfach, um den auch mal in Action zu sehen. Oh. Hallo. Aber du musst kämpfen, ne? Ja. Ich liebe den Poké-Kampf über alles. Mein Poké-Kampf ist total putzig. Für uns viel süß, wenn es sich ins Zeug legt. Wir kämpfen gegen... Gott, Veronika. Milza. Alter, was ist denn los mit den Poké-Molli? Das sind die ganzen Sudo-Legendaries, die die hier rauskloppen. Warum hab ich jetzt noch nicht so gut gemacht? Ich nehme jetzt den Silberblick ein. Kannst du gerne machen. Oh, Makabaya macht jetzt gar keinen Schaden. Ich höre auf dem Chit-Schild. Das hält zu allem... ...Gewissheit... ...das wird die Kiva raus. Ja. Warum haben alle Unlicht-Attacken? Das finde ich gar nicht cool. Oh. Das war kein Lichtmann-Volltreffer. An Sengu macht echt starken Schaden, muss man sagen. Aber gut, er ist halt, in Anführungsstrichen, auch schon ententwickelt. Ist halt, äh... ...so ein Poké-Molli-Labros, das halt einfach keine Entwicklung hat. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. ...Kriephor, der Sechster wird besiegen, einen Gott. Und hier... ...dann werden wir in einen Kampf verwickelt, gegen... ...Oh. ...Ignivor. ...Ignivor ist tatsächlich eigentlich ganz gut, zumindest die Weiterentwicklung. ...Wir hauen wir ab. Oh, das kommt nicht schon. Hm. 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 Gut. Äh. Immer zum Ansenko einfach, weil der schneller ist. Und, äh, dann hauen wir schön ab. Weil ich ehrlich keine Lust habe, gegen diese Kiva-Wort zu kämpfen, weil der hat mit Sicherheit Fieser-Attacken drauf. Wobei, das Level 4 ist Level 8. Ich guck' mal, ob ich den mit Ansenko töten kann. Oh, das fand ich mal ein Volltreffer. Ansenko macht so starken Schaden. Stark, ey. Richtig gut. Ich glaube, ichgnivor durfte auch einige Erfahrungspunkte geben. Naja, okay. Da hab ich mich wogeheert. Soll auch vorkommen. Und noch ein wilder Kampf. Oder ein wildes Boku, das uns bekämpfen wird. Und noch ein Ignivor. Super. Nee, da hab ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich fiel. Ahhhh, Flucht ist gescheitert. Mein Gott, lass mich doch fliehen. Dann muss ich den nochmal wechseln. Ich muss einfach töten. Ich trinke gerade einen Tee, weil ich frag, was das für uns jetzt eines Geräusches ist. Hauptsache, ich bekomme den Burner, sonst ist eigentlich alles gut. Das Ding ist, dieser Kampf ist nicht mal die EP wert. Äh, ja, das passt schon. Jorklef. Ich hab das Gefühl, du hast kein Jorklef dabei, mein Freund. Ein B-Boar. Oh fuck, Alter. Der will sieben? Okay. Der hat doch safe auch irgendeine Unlichtattacke, oder? Aber ich geh mal erstmal auf Erstauner. Furienschlag. Warum hat Erstauner noch 15 AP? So stark ist das nicht. Oh, hat B-Boar nur Furienschlag? Das wär ja gut, weil dann können wir den jetzt einfach mit Creepo runterballern. Oh, ich glaub, er hat nur Furienschlag. Ich geh mal auf Aussetzung, mal gucken, was dann passiert. So, jetzt ist Furienschlag blockiert. Jetzt geh ich auf Schutschel. Äh, Verzweifler, okay. Oh. Dann ist Erstauner. Ach. What? Jetzt halt ich... Au. Es ist gut zu wissen, dass Verzweifler Wirkung auf Geistpokon hat. Das wusste ich gar nicht. Ich hatte gedacht, dass der schon viel normal ist. Level 8. Boah, da gibt's ja aber dicke Erfahrungspunkte. Sehr schön. Creepo, fast Level 9. Das ist echt gut. Hey, Tony, Tony! Oh, nee, wehe, du kämpfst jetzt gegen mich. Oh, Fick dich. Jessica! Describe Jessica! Äh, öh? Ein Vibrava? The fuck? Äh, ich heil mich erstmal. Ich hab gar keine Ahnung, was ich von einem Vibrava erwarten darf. Sandwirbel. Okay. Ah, nee. Ja, ich hab nur noch mit meinem Staunen übrig. Ja, ich hab nur noch mit meinem Staunen übrig. Triff bitte nicht der Staunen. Oh, Sand, Grab, what the fuck? Jetzt kann ich nicht bliehen. Oh, nein, Alter. Vollkreffer war trotzdem scheiße. Wie viel Schaden machst du? Oh, Makabaya. Das ist sogar Schaden. Trotzdem macht mir der Schaden ein bisschen Angst den Vibrava... Oh, nein, nein nein... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das ist sehr effektiv, das ist ok. Das möchte ich nicht. Warum hast du Fincher auf Level 6? Das kann ja wohl nicht angehen. Kann ich bitte wechseln? Oh nein, da muss ich wiederum noch ein. Also alles muss ich sagen. Obwohl die 5 Generation oft kritisiert wird, finde ich die Kampfmusik echt nice. Die macht schon Laune. Oh nein, Makabaja, du musst doch nicht verdammten Erstauner treffen. Jetzt brauchen wir eventuell einen Quit. Ach Scheiße. Oh nein, jetzt habe ich verdammten Erstauner. Jetzt gehe ich mal auf den Schutzschild. Ist doch sein Kampf halt nicht der Weg, ne? Ja, wurde befreit und sofort raus. Auf Ansengo natürlich. Warum hat die Braum auf Level 6 eigentlich schon fucking Fincher? Das ist viel zu stark. Ja, gut. Sehr gut, Creeper einfach jetzt schon auf Level 9. Und dunkle Nebel ist glaube ich gar nicht so gut. Und dann hat sie noch Goldking dabei, Level 7. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich nehme mal auf einen guten Kratzer. Gucke mich wie das macht. Hm. Und Goldknetz Nassmacher ein. Also total. Das habe ich ja auch nicht verstanden, ne? Diese Pokémon, die sowas einsetzen wie Nassmacher. So eine Scheiße. Verstehe ich nicht. Ich meine, das bringt doch wirklich gar nichts. Vor allem die meisten Pokémon, wie so zum Beispiel Lebenssula. Jedes Pokémon, das Lebenssula erlernt, ist ein Boden-Pokémon. Damit sind Elektro-Attacken eh scheißegal. Verstehe ich nicht. Oh, Schwertanz! Oh, wir erlernen Schwertanz. Sehr schön. Das dürfte uns noch ein paar Mal den Arsch retten. Schwertanz ist nice, Alter. Dann sweeten wir einfach die Gegner weg ab jetzt. So, ab ins Pokos, Alter. So, wir lassen unsere Pokémon heilen. So, wer schwarze Pokémon weiß kennt, der weiß, dass wir gleich ein Pokémon geschenkt bekommen. Und zwar indem wir hier lang gehen. Hier ist nämlich die Traumrache. Ja. Und hier müssen wir ein paar Tränen hintereinander besiegen. Und danach kriegen wir ein Pokémon geschenkt. Wen habe ich gerade im Anschlag? Creepo. Ich gehe mal fürs Tisch. Einfach nur, damit ich ein paar Erfassungspunkte abgreifen kann. Ähm. Oh, verdammt. Entschuldigung. Sorry. Ja, hier traine ich mit meinem Team. Was hältst du von einem kleinen Kampftraining? Gegen Gott, Kelly, was hast du denn dabei? Kelly Deo? What the fuck? Okay, ähm. Der ist doch Typ Kampf, ne? Typ Kampf und Typ Wasser, wenn ich mich gut erinnere. Dann gehe ich mal zur Creepo. Doppelkick. Boah. Dunkeln. Ah, von Typ A. Ja, dann weiß ich was es ist. Bringt es uns leider nix. Erstauner! Machabaya sollte echt mal einen anderen Angriff lernen, der Schaden macht. Weil Erstauner ist echt ein Scheißangriff. Och, das macht so wenig Schaden. Es könnte allerdings sein, dass Kelly Deo nur Doppelkicks drauf hat. Wenn ich das im Moment sehe. Wasserdüse! Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bin ich schneller? Ah, jetzt habe ich auch noch den Doppelkick blockiert. Es ist ein bisschen scheiß, dass Makabaya so langsam ist. Aber ich habe erstmal Doppelkick blockiert. Das heißt, ich kann mehr oder weniger guten Gewissens auswechseln zu Anzingo. Weil der wird zumindest schon mal nicht sehr effektiv getroffen. Sondern in Anführungsstrichen nur von Wasserbüse. Ja, das wird jetzt zwar trotzdem ordentlich Schaden machen. Ah, geht sogar. Katze, da kommt schon Anzingo. Du bist mein schlechtes Pokémon. Natürlich hat das blöde Mädchen. Aber es ist ja auch ein Gott. Ich mag es, wie sich Mumia durch diese Battle zu ziehen. In diesem Überblick. Ja. Also Kaedeo ist jetzt down. Und müssen wir aber trotzdem wieder, wo er zu Makabaya wechselt für das nächste Pokémon. Einfach weil, mit zwei Miner. Differs von Minus 2 will ich Anzingo keinen Kampf schicken. Ah, jetzt reicht es schon Level 10. Das ist sehr gut. Creeper reicht auch Level 10. Das ist genauso gut. Und Level 5 Fistisch. Und Level 6 Fistisch. Und Kapoira kommt rein. Oh nein, das ist ein Kampftrainer. Äh. Ja, das ist kein Gehter für Anzingo. Wir gehen mal zum Creeper raus. Und wie hat der jetzt nicht schon sowas wie Fegekick? Alter, da macht der ein bisschen Schüssel in der Buchse. Ah, der Schaden ist halt okay. Aber mehr als okay auch nicht. Oh Mann. Creeper muss auf jeden Fall ganz, ganz trinken anderen Angriff verlieren. Ja, das, das Problem ist halt ein bisschen, also die Pets für Glucos sind halt schon langweilig. Weil sie die ganze Zeit nur erstauner zurückgeschreckt. Erstauner zurückgeschreckt. Aber was soll ich denn noch machen? Sehr gut. Aber wir haben uns, äh, erstaunlich gut durchgesetzt gegen diese doch relativ starken Pokémon. Das ist schon mal gut. Ne, die müssen wir auch noch abfertigen. Nächstes Mal gehe ich mit Anzingo rein. Einfach um direkt Kursen Prozess zu machen. Natürlich habe ich den Hauch einer Chance gegen dich. Aber nur einen Hauch. Nicht mehr. Ja, nur so. Könnte ich vielleicht gegen dich gewinnen. Ingewitschka. Und der hat ein Banette. Ach du Scheiße. Der ist natürlich genau der richtige Gegner für Anzingo. Äh, das Problem, dass ich jetzt hier entgegen sehe. Der kann nichts gegen mir machen. Also Anzingo kann nichts gegen Banette machen. Stich auch nicht. Und Creeper wird sehr effektiv getroffen. Ich muss zu Creeper wechseln. Das könnte jetzt ins Auge gehen. Geist-Pokémon sind echt scheiße am Anfang. Oh nein, und du setzt Fluch ein und Drecksvieh. Da muss ich halt rausgehen, einfach um den Fluch zu brechen. Äh, ja, scheiße. So. Brainstorming. Was mache ich jetzt? Nachtmebel, Alter. Nachtmebel, das... Am Anfang geht's noch. Aber im Endeffekt haben wir nur noch... Warum habe ich nur zwei Tränke? Aaaaah... Creepo! Und noch mal Fluch, ist es jetzt nicht tot? Fast. Ich nehme an das Tisch, weil es scheint nur Nachtmebel im Fluch zu haben. Nachtmebel kann ich halt sozusagen genau abschätzen, wieviel ich da noch Opfer auswählen kann. Wenn ich das noch mal Fluch einsetze, ist halt Ende. Keine Scheine. Hoffentlich also, als ob du jetzt Finsterfaust oder so eine Scheiße hast. Das glaube ich eigentlich nicht. Kann ich hier... Mach dir mal für den Herdner. Ich hoffe, dass der einfach noch mal Fluch einsetze. Nee, das bringt's nicht. Ich muss raus mit zu Free Folk. Das hoffe ich einfach, dass der noch mal Fluch einsetzt. Oder zumindest keine Schrei, weil das scheint ja nicht so viel zu machen. Was machst du? Das ist vollkommen okay. Macht genau 7 HP Schaden und ich kann mit dem Erstauner... Normalerweise kann ich ihn jetzt töten. Ja. Macht mir genau 7 Schaden. Erstauner kommt durch. Und man jetzt stirbt. Das ist sehr gut. Das ist der Schläbe 7. Zwier Finnst. Ach nö! Silberblick. Der hat doch 100% Finsterfaust, da kannst du mir nix erzählen. Ey Geistdrena ist echt eklig, am Anfang. Weil am Anfang... Oh, ja ok, quit. Aber ist ok, nehme ich mit. Äh, ich muss was mit dem Schutzschild einfach um zu scouten. Äh... Ich scheine aber schneller zu sein. Wallonie. Ach und dwell. Ok. Okay, ich gehe nochmal auf den Erstauner. Silberblick, das ist gut für uns. Vielleicht finde ich dann noch einen Crit. Kein Crit. Aber ich gehe nochmal auf den Schutzschild. Warum denn? Ich will euch nichts vormachen. Aber das hier ist ganz, ganz schlecht. Warum habe ich jetzt 2 HP von 8, weil er zwingend hat? Ja, äh... Na, was soll ich jetzt großartig machen? Ich kann nichts mehr tun. Das ist blockiert, ich muss... Ja, was soll ich jetzt großartig machen? Ey, das ist doch jetzt ein Beschiss. Also, ich meine, wir verlieren doch jetzt automatisch. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann nur darauf warten, dass Ziflitz mich tötet. Weil ich halt normale Attacken habe. Ich habe halt keine, äh... Also, seht ihr, was ich meine? Das funktioniert nicht. Der kann nachdem einfach spammen und ich habe keine Attacken. Warum hat... Ja, das schneide ich raus. Also, tut mir leid, aber das soll sich nicht durchgehen. Wobei, wenn ich das so mache, dann ist halt er wahrscheinlich früher... Ich, 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 ich war... Ich schneide mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, also, ich bin jetzt... Offensichtlich habe ich halt verloren. Aber, also, ne, das soll ich nicht zählen. Ich weigere mich, dass es zählt. Das sehe ich nicht ein. Das finde ich zu billig. Ich lasse nicht zu, dass unsere, dass meine Nassauke daran scheitert, dass ich, äh... Von einem Erzwinger, äh, Dings, dass ich den nicht töten kann. Den Rückkampf und, äh, alles andere, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Schwarz in einer Randomizer Nassauk Challenge. Vielen Dank fürs Zusehen und, äh, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns.